Für mich war das Ganze jetzt eigentlich offensichtlich, ich habe mir noch mal 3 Jahre gerechnet. Aber ich habe mich ganz unglücklich noch, in der letzten Minute war es, noch ein bisschen kassiert. Und ja, muss man einfach trainieren, trainieren, dass man mithalten kann. Man kann stolz sein, mehr als unglücklich. Gut Spiel, natürlich Steiri hat auch. Bolle, 10 mit Pfiffe. Der wird leichter zum Sofa gehen, wenn ich hier noch auf den Sportplatz rumsaue. Holger Mensch, ich kann mir keinen Arsch noch rausholen, auch einmal. Ja, dann schauen wir nächste Woche einmal. Vielleicht wird es ja noch da ein bisschen. Nächste Woche gegen Neska statt? Ja. Ja, ich stehe wieder bei der ersten. Äh, ich werde zufrieden sein, wenn ich in der zweiten ein bisschen mehr Spass habe. Vielleicht, wenn es natürlich von einem Verletzten geht, wäre ich bei Hogan, klar. Ja, vielleicht wäre ich auch, ja, ein paar Minuten rein können. Du hast so viel Gespräch da. Ja, das wird sich noch für die nächste Woche geben. In dem Training, gut, je nachdem, wie auf die Gänge. Ja, ich bin zuversichtlich, ja. Aber, wenn zuversichtlich, ja. Den gehen die vielleicht schon auch, aber wenn der halb hoher Ball... Ja. Ja.